Herzlich Willkommen in der Grundschulkinderbetreuung an der Bergschule. Wir möchten mit einem verlässlichen Betreuungsangebot dafür sorgen, dass Familien und Beruf besser miteinander vereint werden können. Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich innerhalb unserer Einrichtung zu beschäftigen, zu spielen und sich wohlzufühlen. Unsere Räume laden zum kreativen Tun, zum Konstruieren mit den Baumaterialien und zu gemeinsamen Rollenspiel ein. Es steht eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen und Büchern bereit. Je nach gebuchten Zeitmodul bekommen die Kinder ein warmes Mittagessen und haben die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben bei uns zu erledigen. Unser Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit der Schule, dass Schulbeutel nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch als Ort des Wachsens, der Freundschaft und des Wohlfühlens erlebbar zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017